und hat irgendwie diesen typ mit dem sie fremd geht irgendwie seine freundin kaputt machen und wirkt auch ein bisschen seine freunde das ist zwar nicht schön oder so aber so doch nicht gleich mit gewalt darauf zu reagieren sage einfach wenn es deine wohnung raus mit dir ist vorbei aber gleich so auszurasten muss doch an der image denken wenn du das komplett kaputt machst gibt es auch keine musik mehr von dir also du willst du nicht im knast waren da so man jetzt von nachzudenken hat man wohl aggressionen gefühl von und so kann ich alles verstehen aber muss auch mal mit dem kopf nicht nur mit der faust machen wie jeder jeder typ kann den nachvollziehen wenn eine perle dich betrübt richtig übel machen kann ich verstehen aber den typen dann irgendwie ins universum zu buchsen macht es auch nicht besser verstehst was ich meine okay meine früge Das ist sowas, wo du so einen Buss und mit dem Kleck nicht vergessen, und du bist zum nächsten Mal, ne, Freunde.